Ich will jetzt probieren. Ja, ich hab schon mal getestet, aber ich glaub nicht. Du hast hier zwei Scheißkisten, oder was? Ja, genau, die müssen auch sortiert werden. Eine ist ein bisschen so Erz, die rechte ist so ein bisschen Erz und so, ne? Siehst du ja? Ja, dann... Und die linke will ich eigentlich mehr so essen machen. Wo ist dann eben die ganze andere Scheiß noch alles raus. Links essen? Ja. Also alles, was so Pflanzen und Natur und so, ne? Könnt man vielleicht auch noch Setzlinge und so reinpacken und Kürbüsse und weiß nicht. So, also, was geht da rein, das geht da rein, den, 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 den. Ich weiß, ich glaub, man kann sich was nicht rein. Hier das hohe Händchen, vielleicht müssen wir alles in meinen Bock da reinwerfen. Oder Öfen. Ist noch irgendwas wo? Ne. Einmal da hin. Da muss noch die Schienen, die kommen da noch mit rein. So. Werkzeug, können wir vorne in die Kiste packen, ne? Alles der Verbrauchsmaterial, ne? Ja, Werkzeug. Oder so ein Creeper von unserem Haus. Kann man besser nicht rausgehen. So. So. Schwöcke auch rein. Na, Homo. Junge. Ich hab Bock, Alter. Äh. Brenn. 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 Na, was machst du da? Glas kommt bei Sand rein, ne? Jo. Auf jeden Fall, ne? Jo. Hm. 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 Jetzt noch die Morden. Wo ist so ne Sandkisse? Ich hab schon Sand. Ja, ganz hinten rechts. Na ja, äh. So. Ja, wenn man reinkommt. Ja, ich hab's auch viel Sand haben, ne? Ja. Dann muss ich ja mal Sand fangen. Mhm. Und ich hab schon wieder eine. SMS gekriegt. Und Zombies vor unserem Haus. Gar nur wieder? Mhm. Mhm. Oh, wo ist... Gibt's? Hä? Ähm. Wie geht's? Ähm. Wie geht's? Ähm. Wie geht's? Ähm. Ähm. Schauf. Schauf. Oh, die Zunge direkt vor unserer Tür. Komm, den lass ich jetzt rein. Nein, ich lass mich raus. Tsch. Brenn. Ich find das witzig. Tsch. Brenn. So, das kommt vor dem, das kommt vor dem. Das kommt vor dem. Das kommt vor dem. Ja, Creeper. Creeper. Creeper, Creeper, Creeper. Tsch. Brenne. Tss. 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 Stiel. Tss. Brenn. Hm. So, passt das erstmal. Oh, Eiskar explodiert. Jawohl. Eiskar erstmal Erdefangen. Guck. Tust. Tss. 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 T Zug, ist Soi. Tak, Tss. mit wird und kisten können uns in die holzkiste mit das ist nicht so dass wir aufgenommen Wir haben hier noch so viele Diamanten wie Smaragde, schon komisch, ne? Ist doch scheißegal, Smaragde, die bringen uns nix im Moment und lass mal den Pen gehen. Ich will raus, in die frische Luft. Okay, ich bin unterwegs. Ey, du hast die Zauber-Tischland. Au, au, au! Alter, was war das? Mein Arm! Oh, tut mir nett, ich kann morgen nicht feiern, ne? Äh, jetzt so gerne. Ja. Weißt du, was ich mir jetzt eiskalt bau? Ja, mach das mal. Hm. Der Kessel, wo kommt der rein? Ah, ich weiß schon warum. Der Kessel. Hier. Da ist alles ruhig, ja. Ja. Ähm. Ja? Nichts. Achso. Ich habe gedacht, du verlangst etwas von mir. Die Eimer kommen auch nach vorne, ne? Ja, mach mal. Redstone bekommt auch ne eigene Kiste, oder? Ähm. Kann man eigentlich gut machen. Ich schreibe da ran, Redstone und so weiter. Ups. Warum haben wir so viele Böden? Ähm. So. Ja, so Leute. Das geht auch nicht. Das war doch so. 2, 3, 1, 2, 2. Ja. Ja. Lass uns nachgucken. Oh ja! Tch, 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 tch. So, weiter gehts. Ja, so. Erstmal brauche ich das und das. Ja. Wollen wir die Dinger nicht eins weiter nach hinten setzen? Wo müssen wir? Ja, ich weiß nicht. Das und das nicht. Вторmal habe ich mir in Be perder drunk. Ich bin nur 20, 45, 45, 45, 46. Ich kann nicht damit klar, das Holz hier hinrechnen zu sehen. Wieso? Vielleicht siehts aus der anderen Seite. Ja, da kommt ja noch... Links dran... So, vier, vier, so. Pro WTF, WTF, WI. Was war das? Was? Alter, junger, auch mega, so mega. Ja, ich weiß, was es war. Hey, was war das? Kommt vorne zur Tür. Ja, besser nicht. Ja, super. Jawoll, Eiskei, ein Creeper, Junge. Ja, da hast du auch was zu tun, ne? Ich weiß, was darf ich jetzt? Ich hol mal Spaß. Scheiß, komm. Was holst du? Klinge, nicht so krass. Ja, Spinne, komm, los, komm. Kannst du auch explodieren, nicht? Dann kannst du auch rum. Ja, jetzt hab ich auch noch keine Ehre mehr. Wieso, was machen wir jetzt noch vorbeikommen, oder was? Oh, ne? Wieso, was machen wir jetzt noch vorbeikommen, oder was, Walter? Ne, eigentlich nicht. Außer da hinten, Frau. Da wollte ich fragen, ob wir noch fünf Diamanten welche da haben. Ach so, haben wir. Ja, haben wir. Ich hab mit fünf Stürm oder so da. Ja, du nimmst ja bei euch auch da. Ja. Ja. Und dann fragt ihr noch, wie sperr ich wir uns treffen und wo. So, scheiß Creeper, jetzt lass mich in Ruhe. Ich will jetzt Sand fahren. Hm, über der 1 geht ja gar keiner. Hm. Ist ja ein bisschen komisch. Da ist Sand. Also fertiges Essen tun wir jetzt nach ganz oben, oder? Ja, und machen, machen. Äh, ja, passt schon. Irgendwie. Hm. Die Dinger, wo sind die denn da? Und da? Ah, jetzt hab ich nicht genug. Hat Mario wieder geschrieben, oder? Mhm. Schalten wir mal, dass wir in der Aufnahme sind. Mal gucken, was er sagt. Oder ist er jetzt einfach auf jeden Fall losgeschrieben? Oder so. Jetzt ruft er mich an! Ja, das wird immer schlimmer. Mach mal auf laut. Ja, Humo, es geht ab. Mach auf laut, mach auf laut. Oh, bitte. Bitte mach auf laut. Ähm. Lass mich überlegen. Ich glaube, ich kann dir die Woche vorbeibringen. Das ist ein bisschen blöd, weil ich vorher noch woanders bin, deswegen. Hallo, Mario. Gegen, gegen, gegen zwei, gegen zwei oder drei. Das ist ein bisschen blöd. Nein. Axi. Sag mal, das hat irgendwas zu unseren Zuschauern sagen. Nee, das ist, äh, blöd. Weil ich vorher noch woanders bin, deswegen. Ich, ich kann die auch morgen vorbeibringen, weil ich morgen sowieso mal ins Dorf muss. Ich muss noch, äh, Bio holen und Fahrkarten für Dienstag und dann kann ich eben bei dir vorbeikommen. Ich, ich, ich werde so, oder ich würde dann so, äh, vor zwölf Uhr kommen. Nein, vor. Und zwölf Uhr muss ich, ja, vor zwölf. Und zwölf muss ich wieder zu Hause sein, weil mein Bruder dann aus der Schule wiederkommen, wenn Eltern die da sind. Ich mach auch ein, wir sind gerade im Aufnehmen. Ja. Guck mal, der jetzt denkt, oh, fuck, oder was, ne? Ich hab hier Eisen gefunden. Was hat er denn? Hm? Wer hat das mitgegeben? Wie, um zwei Uhr? Wir treffen uns um zwei. Ja, kannst machen. Ja, schreib mir erst, wenn du da bist, damit wir ihn, damit wir ihn, damit wir ihn Pause machen können. Ja, tschüss. Kommt er noch vorbei? Ja. Meine Fresse! Der Satz mit dem Ruhl zacken, ey! Oh Mann. Ja, ich komme neben vorbei, wir müssen gleich eine Pause machen. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Total verblöde, der Gerl. Oh. Aufnahme ist ja noch. Also wir können jetzt irgendwann wieder was verzaubern, ne? Ich hab da erstmal ein provisorisches Ding hingebaut. Ja, so. Wir haben vergessen, die Deckel hier als Holz zu machen. Scheiße. Wie. Deckel. Was soll's mit Deckel, Junge? Ich will schlafen. Mir fällt die Deckel so hoch. Wieso? Was ist denn ein Deckel aus Holz? Was willst du mit einem Deckel aus Holz? Hier die, äh, in einem Lagerraum hier. Die ist noch aus Stein. Ach so, sieht das so scheiße aus, oder? Ja, ich weiß nicht, ob passt das ein bisschen besser. Sonst haben wir nur Wände, Stein, Deckel, Stein, also alles Stein. Warte mal, du musst mal was ändern. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Oh Mann, man kriegt so viele, äh, Lieder im Kopf, wenn man Minecraft zockt, ne? Sagst du nur irgendeinen Satz, oder hast du irgendeinen, weiß ich nicht, irgendeinen Gedanken? Und direkt so. Ja, ich hab heute auch mega oben. Ja? Ja. In welchem Lied? Keine Ahnung, wer es heißt. Ist auf jeden Fall auch schon geil, das habe ich heute ganz Tag gehört. Jawohl. Und die Deckel ist gleich fertig. Oh, ich weiß nicht, was ich vielleicht verzaubern soll, ich hab zwölf Level. Soll ich zweimal was verzaubern, wenn du nur einmal und dann das und dann wie und dann... Oh. Ach, auf jeden Fall Sprit sagst. Sprit sagst du mir auch noch. Sprit sagst. Wir können auch noch irgendwo Leuchtsteine anbringen, ne? Ja, ey, da mach ich noch. Ja, jetzt kommt's. Ja, ich weiß schon, was du vorhörst. Junge, ich bin voll der Profi, also ey, lass mich das machen. Ja. Ich komm ja wieder mit einem Haufen Sand. Ja, sauber. Können wir gebrauchen. Hm, irgendwie fehlt dir noch was. Ja, hier im Boden kannst du die besetzen, welche Fall für... Im Boden? Ja, hier, in dem Boden, im Lagerraum. Ja, komm ich mal. Ähm. Hm, hm, hm. Offenes Schlafzimmer, ich glaub's nicht. All zwei Namen werden, oder? Boah, kann man nicht auch diese geilen Treppenstufen-Dinger machen? Aber ich muss nicht mal das glauben. Das ist ja geil, die Treppenstufen-Dinger. No! Vielleicht sieht das ja geil aus. Kommt das auch mit denen? Ne. So, ich komm jetzt zurück. So, ich hab mega viel... ...in der Sand gefangen. Das ist doch gut, dann mach ich nicht mehr so schnell mal los. Ach man. Wolltest du noch mal, dass du Fußen gehst? Ne, ich... Mann. Hast du auch mit Leid mit mir? Nein. Nein. Oh. Eins, zwei, drei, vier... ...4,5 Steaks. Ich muss jetzt sagen, wie das ausschaut, ne? Ich bin mir selbst nicht sicher. Wie das ausschaut? Ja. Und jetzt hat nichts, das sieht doof aus. Was meinst du? Oben, oder? Ja. Darf ich schon kommen? Ja, warte, 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 warte noch. Nein, 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 bleib noch hier oben. Da ist ein Zorn runtergefallen. Ja. Wo sind die Öfen, da sind die Öfen. Okay, kannst du dir hier anschauen, komm. Aber nur die eine Seite ist gut, die andere Seite ist noch nicht fertig. Aber vielleicht sieht die eine Seite ja besser aus wie die andere. Na ja, du musst dir die beiden Seiten erstmal angucken. Komm mal hoch. Ja. Oh. Okay, muss hier... Sieht das gut aus? Das passt nicht so dazu, oder? Na, ich würde das dann ganz mit den Zäunen machen. Nur Zäune, ne? Nur Zäune. Und keine Steine. Und keine Steine. Hey, Flash. Hier, Zäune. Super, jetzt habe ich drei. Hühnchen, Entschuldigung. Wie Hühnchen? Na, jetzt haben wir wenigstens so Zäune. Achso, ich mauern. Ja, ist egal. Kann man ja mal gebrauchen, ne? Ja, bestimmt. Ja, ja. Ich komme hier. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Ach, kommen alle mit. Oh, es ist ja recht viel, äh, Dings. Was wollte ich jetzt immer? Recht viel Sand. Ja. Ich weiß. Ich hatte Bock, Sand hinzufahren. Weil wir brauchten auf jeden Fall da hinten noch eine Workbench. Auf der anderen Seite auch noch Zäune. Jetzt einfach mal welche. Boah, das ist voll übersät mit Facken hier oben. Ganz ehrlich. Guckt ihr es mal an. Das Bild sieht so geil aus. Das überall nur Fackeln. Auf alle Fälle ist... Auf alle Fälle... Auf alle Fälle. Das ist ein Heuwägelchen. Auf alle Fälle. Heuwägelchen. Wer war da noch? Wer war da noch? Unser Direktor. Er hat das noch gesagt. Ja, stimmt. Klaus hat das gesagt. Klausi. Ja, Klaus. Heuwägelchen. Hä, was? Alle gucken. Jetzt. Ah, der Kerl, ne? Der war 1, aber... Ja. Naja, war. Der ist aber noch. Wo wollen wir denn jetzt hier die Treine? Ups. Oh, vor uns hat noch steht schon wieder ein Pieper. Oh, klasse. Das steht ja hier den ganzen Tag. Wir können freuen. 1,5-6, äh... Äh, Ziegelsteine haben wir jetzt. Brennen! Ja, geht explodiert. Brennen. Wo haben wir noch irgendwo... Eiskalt. Eiskalt explodiert, ja. Ja. Immer in unserem Haus. Na, also... Ohne Spinne. Ohne Spinne. Ja, okay. Wir machen jetzt Pause. Marius da. Ja, gut. Also... 3, 2, 1, was ist das? 3, 2, 1... Tschö, lü.